yo leute ich melde mich gerade noch mal live aus dem schnitt ich wollte noch mal zwei drei sachen zu erklären was ich jetzt hier für eine scheiße veranstalte und was ich allgemein für eine scheiße auf meinem kanal mache da ne hoffentlich wird das video jetzt nicht gespript also ich hab zwar komplett need for speed durchzuspielen weil ich habe gestern halt ein bisschen audio probleme gehabt das spiel zu laut meine stimme zu leise war also ich habe jetzt in den letzten wochen monaten jahren tagen sucht euch aus need for speed komplett durchgekauft von 2005 bis 2019 20 keine ahnung was das teil jetzt ist also von most wanted bis heat allerdings fehlen mit zwei teile carbon und pro street das sind halt die nächsten zwei teilen die nächsten teile die kommen würden die würde ich ausspringen auslassen würde mit 2009 need for speed shift weitermachen bei 2008 funktioniert nicht richtig hier ja ja undercover ist bei mir problemfall geht nicht deswegen wollte ich eigentlich nur kurz sagen dass ich doch diesen most wanted der 2009er teil spielen werde sollte ich in der zwischenzeit pro street street oder carbon bekommen was allerdings nicht davon ausgeht dass es carbon und dass ich mir es kaufe weil es kommt irgendwann wieder auf eine redox version von denen natürlich werde ich das dann einfügen als nächsten part teil abschnitt da aber ja als erstes kommt jetzt muss wanted danach kommt shift 1 und dann geht es weiter mit der serie ja hoffentlich habt ihr bock drauf ja lasst ein abo da jetzt wünsche ich euch erstmal viel spaß mit dem video dann herzlich willkommen zurück auf meinen kanal und zurück zu need for speed most wanted 2005 in der redox version wir haben gestern den ersten blacklist gegner geschlagen und sind jetzt dabei den nächsten zuschlagen ich höre schon so gut wieder wir fahren wir fahren mit den modus fährt zum taz 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 neben uns perfekt ich gehe ich kurz noch mal muss kurz noch mal den spiel in die sound einstellung gucken bisschen leiser machen wir spielen bisschen leiser machen wir spielen bisschen leiser machen wir spielen die hälfte die hälfte da bin ich wieder natürlich ist es aktuell oh der lexus kommt sogar sehr gut mit ich hätte die abkürzung fahren können ich hätte die abkürzung fahren können das ist wieder oh Gott oh scheiße für mich das ist wieder mal ein runterrennen wie so oft ja spannend oh Gott ich fahre so scheiße gerade schöner toyota neben uns der Beste setze ich obwohl es ja nicht möglich ist ja ne schon wieder Platz 1 geholt easy so muss es sein die Kurve sind also 12 ich höre schon wieder Polizei hoffentlich ist es jetzt nicht bei uns ja und damit wir die erste Runde auch schon wieder geschafft easy kleinen Vorsprung haben wir schon raus geholt läuft also oh schön in die Mauer aber egal zack kann man hier abkürzen würde man sagen ja und man fährt scheiße oh Gott was mach ich hin easy trotz der Abkürzung bin ich knapp erster weil ich so scheiße gefahren bin schön weit aus wenn man mit Topsuit in die Kurve kommt zack das ist ein bisschen längeres Rennen aktuell aber es sind es wird noch ein richtig langes Rennen geben was aber noch im Livestreamjahrs kommt das dauert aber ein bisschen halbe Stunde und so dies das so so oh oh digger schon wieder Polizei aber das ist egal oder einer hat einen Unfall gebaut let's go und der Lexus holt auf er zieht man hört ihn schon oh es ist zu wild hier es ist zu wild Kontakt ist erlaubt Papa ich bin so scheiße bisschen abkürzen ah er macht das auch nein ich lasse mein Leben er fährt nicht mehr let's go und damit haben wir das Rennen verloren das war es natürlich oder? ich bin der King wenn ich das noch schaffe verpiss dich mal Alter der Lexus zieht davon wie sonst was nicht drauf einsetzen aber das wird nichts mehr ich brauche Nitro dringend sehr dringend Nitro sehr sehr viel Nitro oh ich bin der King einfach ich bin für ah für Fahnen geboren äh äh let's go easy Platz 1 wieder jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen ja hier müsste ich jemanden vorrufen so schön in die Wand BABAM nächster Sieg Yo It's Raj If you need any parts I think you got enough for a new ride head over to one of the shops I told them you're friends so they should be cool they're on your map check it out ich drücke immer den falschen Knopf ich tausche gleich ja zurück zum Safehaus so nächstes Rennen äh Sprintrennen dies das zack schön im Regen schöner BMW Audi tt m3 müsste es sein let's go ach man sieht weiter nichts ist alles im dichten Nebel gehüllt aber meine Witze sind immer so gut ey die sind immer zum Todlachen neber oh man eyder ich weiß nicht was ich sagen soll so bitte ist keine Polizei was macht ihr hier was macht ihr hier uah Reaktionszeit wie junger Gott äh ja Barlangen sind reingefahren let's go was für Geräusche dafür liebe ich aber auch den Speedbreaker weil Speedbreaker rettet ein macht bei einer Situation das Leben da hätte ich abkürzen können glaube ich aber ich fahre hier den Topsuit lieber durch ah den löse ich noch nicht ein in die Kurve oh mein Gott ah easy perfekt so wollen wir das ah es ist zu wild hier so erstmal alles aus dem Leben nehmen schön den auch nochmal aus dem Leben genommen komm gerade ja die holen auf mittlerweile weil ich so ein guter Fahrer bin dass ich äh die jetzt äh dran lasse weil sonst wäre es zu langweilig hätte ich abkürzen können macht auch einer tatsächlich der war oh er ist besser als ich ach er wollte nicht fahren oder was der Wagen der unbekannte Wagen vor mir ich weiß nicht was das für eine Makel ist aber mach ich oh alter wie gesagt Reaktionszeit wie ein junger Gott oh es ist so gefährlich hier zack immer noch erster sobald wir es und damit ist der nächste Sieg unser wo ist er auch mal die Ziele wir haben da ja zack nächster Sieg ist unser wieder 2000 Cash hier das ist das ist polizeistopper und das bedeutet einfach nur dass man halten wenn polizei verfolgt der hinter einem ist und ran fahren kann und die werden dann gestoppt da kommt gerade mal ein bestück man kann die abkürzen ob es so was bringt Er meinte, ich fahre einen weißen Volkswagen, also fahre blind ist okay, kann ja passieren. Oh, da ist die Polizei schon. Guten Tag. Ja, bitte störe mich nicht, danke. Ich bin so schlecht, ey. Verpisst dich mal, Nitro. Nein, ich kann nicht, ich muss fahren. Alter, ich bin so schlecht. Was war eigentlich meine Mission gerade, was ich da gemacht habe? Renault, bitte hinter mir leise. So, ja. Alter, ich bin zu motiviert in den Korven, ich bin einfach zu wild in den Korven. Das ist einfach alles hier zu wild. Das wäre zum Beispiel auch ein Stopper gewesen. Oh, die nächste Polizei ist da. So, und da kommt die nächste Polizei. Also, jetzt wollen die mich haben. Oder die hat abgekürzt. Jo. Und. Nee, nerv nicht. Nächster Sieg. Huch, das war noch mal am Ende knapp. Ah. Jetzt. Jo. Jetzt geht ja auch mal die Polizeiverfolgungsjagden. Das ist damit gemeint. Treffe ich überhaupt einen? Ich treffe natürlich keinen. Das schmeckt lecker. So, weg bin ich. Ach, schön noch mal Achsenbruch hinterher. Komm gerade, kommst. Cool down, ja. Cool down. Und die Ränge sind zum Verstecken da. Bam. Ja, ja. Und. Wieder falsch Knopf gedrückt. Ich bin wie so ein kleines Kind, das ich nicht lernen möchte. So, nächstes Rennen. Das ist ein Knockout-Rennen. Äh, nein. Das ist ein Knockout-Rennen. Perfekt. So wollen wir es haben. Zack. Ah, schön Eclipse. Silvia und irgendwie, der verlebt. Eins, groß. Man sieht wieder nichts. Regen ist hier ein bisschen assen. So. Drei Runden rennen. Er zieht natürlich davon. Ja, dieser Geräusch im Hintergrund. Da freie ich mich echt manchmal, ob es jetzt hier ist oder ob es nicht draußen wirklich ist. Das ist zu wild. Jetzt hau doch mal ab. Alter, die sind alle zu wild unterwegs. Der Eclipse besonders macht einen Fehler. Nein. Okay, ist so gut. So. Nein, die in der letzten und der erster Wind ist alles gut. Warum bremst du? Warum bremst du jetzt? Warum? Da war meilenweit nicht zu bremsen. Oh, hier aber. Oh, schön alles durch. Ja, ja. Kann man abkürzen? Nee, kann man nicht. Okay. Ich hoffe mal, dass es nicht auf 720p wieder hochgenommen wird. Weil sonst frage ich mich echt, warum OBS das nicht schafft, einmal auf 1080p aufzunehmen. Aber es kann auch sein, dass ich falsche Einstellungen habe. Muss man mal schauen. Weil OBS Studio ist ja bei mir kaputt gegangen. Weil er nicht mehr klarkam damit, dass ich auf drei Moniton gleichzeitig einzeln mitspielen kann und aufnehmen will. Ja. Zum Glück haben wir jetzt erstmal Ruhe vor der Polizei. Das ist wichtig, weil die nervt es uns einfach immer. Natürlich ist es jetzt auch klar, jetzt sind noch die Missions sehr einfach oder leichter. Da muss man jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt hier Spannung pur aufkommt. Das wäre aber am Ende. Oh, Alter. Das ist, äh, yo. Nee, ist einfach schneller als ich. Das wäre aber am Ende spätestens bei den, äh, Herausforderungen so. Spätestens dann wäre das richtig hart. So. Ah, das ist noch ein langer Weg bis dahin. Jetzt kommt erstmal die Story. Und danach. Jetzt sind wir eh noch auf Platz. Ich scherz ihn gerade mal. So, ich hab ein bisschen Zeit noch. Komm ab. Ich darf jetzt keinen Fehler machen, weil der Eclipse ist fast. Oder Snowman. Oder Slowman. Mein Gott, Alter. Die Witze sind immer wieder witzig. Gefährlich. Oh, das hab ich sehr gut gemacht. Und das wiederum nicht. Hätte ich mal einen Verfolgungsstopper aussetzen, auslösen müssen. Ob er dann ausgeschaltet würde, wäre würde. Aber da ist dann, da wird wieder der nächste Sieg drin sein. Gehe ich mal davon aus. Ejo. Nächster Sieg wieder drin. Wieder 2000. Diesmal richtig den Knopf gedrückt. Zack. Aktuell fährt zum Tausend. Ja. Perfekt. Das. Keine Ahnung, was das ist, aber. Ich glaube, es ist Zeit drin. Ejo, das ist Zeit drin. Oh. Da bin ich ja besonders gut drin. So. Und wie geht das denn gerade wieder gar kein... Ich lasse es einfach mit dem reden. Ich kann gar kein Deutsch mehr. Wieder geht es ja auch um die Polizei. Sonst nicht nerven, weil... Polizei ist nervig. Alter, was war das denn? So, erster Checkpoint ist erreicht. Aber wir bekommen sogar noch Bonus. Zeit. Das ist gut. Ja, das klappt locker. Hälfte geschafft. Minute haben wir noch. Da ist der nächste Checkpoint schon. Bisschen auf Gas drücken. Passt. Alles. Easy. So. Jetzt nur nicht... Ich glaube, ich werde wieder auf die Straße drauf. Sehr... Sehr scheiße. Oh, mein Gott. Die Geräusche sind so... So komisch. Ja. Das läuft. Das läuft. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Und wieder ein Sieg. Winner. Sack. Nächstes ist ein... Aha. Und... Bereit. Haben wir jetzt alles verstanden, ne? So. So, let's go. Ah, wieder ne Rundenrennen. Mein Gott, ist einfach viel zu okay für diese Autos. Oh mein Gott. Jo, alle sind reingefahren. Ah, geil. Es ist so geil, wenn die da längst kommen. Ich weiß jetzt in welche Richtung ich fahren soll. Kann es auch mal endlich aufhören zu rednen? Das ist... Okay, die fahren alle da längst. Ist ja nervig mittlerweile. Ja, danke. Man muss einmal nur nett fragen. Zwei sind gerade... Ah, ja. Ich liebe mal die Tabletten, sag ich euch. Ey, nicht doppelt. Danke. So. Der Augen... Oh Gott, der eine holt richtig auf. Er ist dabei. Er ist dabei. Er ist weg. Sag nicht. Er ist komplett weg. Denkt sich so. Tschüss. Abkürzen kann man auch. Was soll das denn jetzt für ein Geräusch? Das hört sich gar nicht gut an. Alter, ich fahr die Scheiße zusammen mit dem Self, Alter. Konzentrier dich. Kannst du dich nicht mal auf deine Tabletten schieben. Konzentrieren. Mann. Ey, ey, den werde ich nicht mehr einholen. Oh, der macht einen Fehler. Oder ich hol den ein. Scheiße. Wegen so einen lächerlichen Fehler auch wieder mal. Der gar nicht sein musste. Aber wenn ich es nicht gesehen habe. Okay, er fährt auch rechts. Das ist da so ein Pfosten. Aber er hätte auch sowieso nicht ausweichen können. Ja, easy wie der Erster. Perfekt. So wild. Ja, ja, okay. So. Nein. 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 Ich wüsste nicht, wie schnell ich um die Kurve fremden. Kon. Kon. Ach. So. Diesmal nicht den Fehler machen. Diesmal kommt aber auch keiner. Schleifung sich hier. Kon. Ich hasse diesen Speedbreaker manchmal. Bei Speedbreaker kommst du richtig schnell ins Schlittern. So, jetzt muss ich mich haken. Trier Ren. Er hat einen Fehler gemacht. Und. Da ist der nächste. Wo ist denn jetzt die Ziellinie? Hier. Da ist der nächste Sieg drin. Easy. Let's go. Zack. Nächster Sieg. Jetzt haben wir noch ein Rennen. Glaube ich. Jo. Wir haben nur noch ein Rennen. Perfekt. Ah, wie war so ein... Diese Polizei sieht so behindert aus. Wenn die Polizei mitfährt. So. Oh, viel zu wild. In diesem Moment, wenn dein Auto zu tief ist. Ah, ich war gerade aus. Dachte ich mir kurz. Nein, wir fahren kein Rennen. Das ist eine gemütliche Spritzfahrt am Sonntag. Was kann ich denn so sagen? Nein, denn sie sind einfach viel zu schnell. Ich muss mal mein Auto auftunen. Ja, moin Leute. Jetzt wird es gleich lustig, wenn die Polizei auftaucht. Ja, Leute. Ist doch gut. Ist jetzt gut, okay? Ich möchte erster werden. Nicht hier. Oh, jetzt muss ich mich aber echt anstrengen. Okay. Jo. Wo längst? Warte aus. Ach, wir fahren jetzt wieder hoch. Alle fahren da längst. Und ich fahre wieder in die Wand. So. 90% geschafft. Dann haben wir gleich Ziellinie. Keinen Fehler mehr machen. Damit haben wir alle Rennen abgeschlossen. Perfekt. Das war das Weite. Das war immer noch das Weite. Perfekt. Jo. Das war's. Mit dem Rennen. Der Blacklist fährt so. Die anderen machen wir heute um 19 Uhr am Stream. Wenn es gefallen hat, euch... Ich kann kein Deutsch einfach. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wört mich sehen. Ciao.